Am 5. Juni 2015 war es einmal wieder so weit. Die Quadfreunde Harz hatten zu ihrem Quadtreffen Harz 12 Back to the Roots an die Sennhütte in Goslar gerufen. Mit 48 Teilnehmern kam zwar nur ein Bruchteil der Anzahl an Piloten wie beim großen Quadtreffen in der Pullman City Harz, doch darum ging es bei Harz 12 auch gar nicht. Auf den Treffen der Quadfreunde Harz steht familiäre Gemeinschaft im Vordergrund. Und das hat bei Harz 12 einmal wieder toll funktioniert. So starteten die Quadfreunde zu verschiedenen Ausfahrten durch das deutsche Mittelgebirge und hatten viel Spaß nicht nur am Quadfahren. Abgesehen von einer Sommerrodelbahn standen vor allem Benzingespräche am Lagerfeuer auf dem Programm. Für die hatte Quad-Urgestein Gerd aus Fisbeck in seinem Scania-Sattelzug eigens eine ganze Couch-Garnitur als Sitzgelegenheit mitgebracht. So freuen sich die Quadfreunde Harz und ihre Freunde bereits auf Harz 13 vom 27. bis 29. Mai 2016, wie gewohnt an der Sennhütte in Goslar.